Moin, Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Google wird in der nächsten Zeit ihr Google Pixel 5a vorstellen und nun sind die ersten Details dazu durchgesickert. Moin, mein Name ist Nils Arnsmeier und wenn du wissen willst, worum es beim Google Pixel 5a geht, dann bleib doch dran. Google hat letztes Jahr mit ihrer Strategie verwirrt. Es gab sonst immer ein Google Pixel 3a, 4 und 4XL. Letztes Jahr war es ganz anders. Das 4a kam auch wahrscheinlich Corona-bedingt erst im August und dann gab es das 4a mit 5G. Was überhaupt nicht reingepasst hat und das Pixel 5. Das Pixel 5 war kein Flaggschiff plötzlich mehr, sondern eher ein besseres Mittelklasse-Gerät. Und das Pixel 4a mit 5G war ein Gerät, was überhaupt nicht reingepasst hat, weil es war zum Teil größer als das Pixel 5, hatte aber weniger Spezifikationen. Es war alles ein bisschen verwirrend. Und nun haben wir die ersten Details zum Pixel 5a. Diese kommen von OnLeaks. Der ist sehr, sehr, sehr genau. Er hat in den vergangenen Jahren das S21 komplett sehr akkurat abgebildet. Er hat das iPhone F Pro im Januar bereits sehr akkurat abgebildet und nun hat er auch die ersten Bilder des Pixel 5a. Diese Bilder basieren auf CAT-Dateien. Das sind Dateien, die in dem Fall an Zulieferer geschickt werden, damit sie die Teile für das Pixel 5a produzieren können. Und auf diesen Bildern sehen wir, es ist ein Pixel 4a mit 5G. Denn das Gerät ist genauso gleich groß. 6,2 Zoll mit Full HD Plus und OLED. Super Display, finde ich. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Auch Punch-Hole und auch die Frontkamera wird wieder in einem Punch-Hole oben links in der Ecke des Front-Displays sitzen. Wir werden auf der Rückseite wieder den Fingerabdrucksensor haben und wir werden wieder dasselbe Kameradesign haben. Und OnLeaks geht auch davon aus, es werden wieder dieselben Kamerasensoren werden. Das heißt, wir werden die Kamerasensoren des Pixel 5 und 4a mit 5G auch im Pixel 5a sehen. Versteht mich nicht falsch. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder so ein 350, 400 Euro Gerät. Und super, dass wir da auch dieselben Kamerasensoren bekommen. Doch was mich hier nur ein bisschen verwirrt ist, was ist die Strategie dahinter? Was soll dieses Jahr Google für Smartphones produzieren? Warum kopieren sie eigentlich ihr selbes Gerät, bringen es nochmal neu raus, vielleicht ein bisschen dünner, ein bisschen größer? Aber hat er gesagt, wird das Ganze werden, die Display-Ränder werden auch ungefähr wieder gleich sein. Wir werden wieder letztendlich dann einen 3,5 mm Klinkeranschluss bekommen. Finde ich super. Wir werden Stereo-Lautsprecher bekommen. Das geht alles aus diesen Dateien hervor. Doch es ist irgendwie, es ist irgendwie nichts Vollendetes. Es wirkt so, als hätte Google gesagt, okay, wir brauchen ein Smartphone. Wir nehmen dasselbe Gerät nochmal. Wir werden wahrscheinlich wieder andere Hardware reinpacken. Das ist bisher noch nicht bekannt. Wir haben bisher nur das Design. Und was man aus diesem Design nehmen kann, zum Beispiel, wie dass es wieder einen Fingerabdrucksensor geben wird. Aber es stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wohin will die Google-Reise gehen? Sie verfolgen keine eigene Firmenstrategie. Und als ich erzählt habe, hey, das ist das Google-Smartphone, was ich hier habe, das Pixel 5, haben die einen gesagt, okay, cool, das habe ich bei YouTube in der Werbung gesehen. Und die anderen haben gesagt, was, Google macht Smartphones? Ja, schon seit fünf Jahren. Oh, Google verfolgt keine wirkliche Firmenstrategie. Und ich hoffe, dass sie das mit der 6er-Reihe, die dann wohl auch Ende des Jahres dann eher kommen wird, dass sie da dann sich vielleicht nochmal komplett neu aufbauen werden, vielleicht wieder eine wirkliche Strategie verfolgen werden. Denn aktuell sehe ich das nicht. Was haltet ihr denn von Pixel 5a? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch solche Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.